Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute sind wir in Walperswil. Walperswil liegt zwischen Teufeln und Arberg, hat etwa 1050 Einwohnerinnen und Einwohner und hat zum Einkaufen ein Volk mit integrierter Poststelle, Schul-, Kindergarten- und Wohnenstufe. Hier ganz in der Nähe. Heute gehen wir ein Doppel-Ein-Familienhaus, fünfeinhalb Zimmer mit einer tollen, unverbaubaren Aussicht. Ich freue mich drauf, kommt doch gleich mit. Musik 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 Ja, jetzt noch das Paragaben zum Haus. Wie gesagt, fünfeinhalb Zimmer, Baujahr 1995, 195 Quadratmeter Wohnfläche und ein Guardboard mit zwei Parkplätzen auch dabei. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann näht euch jetzt mit mir Kontakt auf, rutet mir an, schickt mir ein Mail. Ich freue mich sehr auf eure Kontaktnahme. Musik 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 Musik